Zeitlupen Folgeangriff Hardway, eine Schusshaffe in der Hand, können Sie in Zeitlupe zielen, indem Sie LT halten, nachdem Sie einen Gegner entwaffnet oder mit einem Nahkampfangriff getroffen haben. Nice, ansehen haben wir ziemlich viel. Und auch sehr... Really? Uns wären nur noch 8 Stück. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber wie gesagt, jetzt kommt mal unser Agent 47.5 in Einsatz. Einfach weil ich das gerne sehen möchte, wie das in Cutscenes aussieht. Und wir haben offensichtlich dann immer eine Waffe dabei. In der Nähe gibt es gerade nichts mehr. Triaden Highway... Das könnten wir uns noch anschauen. Aber dann war es das, glaube ich, dann auch schon wieder. Agent 47.5. Auch ein Motorrad. Seltener am... seltener am Blick. Aber in Geeks, glaube ich, auch schon im Spiel. Was ist das jetzt bitte? Okay. Okay. Was ist das jetzt bitte? Ey, immer diese Polizei... Immer in die Quere kommt. Und wieso hat jetzt wieder... Die Markierung weggenommen... Ich möchte wissen, was es mit diesen Triaden Highway aussieht. Du bist ja gesagt, was das bedeutet. Tumult untersuchen. Packen Sie den Bedrunkenen und schaffen Sie ihn vom Laden fort. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte das ja nicht. Ich bin bloß vorbeigerannt. Ich bin bloß vorbeigerannt. Ja, wie kann ich ihn loslassen? Und du lässt mich bitte in Ruhe, verdammt. Und bekomme ich jetzt was dafür? Nichts, danke. Agent 47.5. Immer zur Hilfe bereit. Oh, that's nice. Was passiert hier bitte? Hallo, Polizei! Das ist ein Dieb! Das ist ein Dieb! Schnappt ihn! Schnappt ihn! Der steigt jetzt ins Auto ein und ich soll hin. So hier. War klar. Kann ich ihn auch so stoppen? dran- es sind in Ordnung? Okay. Aha. So macht man das. Ein gutes Geld nehmen. Die 18k transportieren eine Ladung durch die Stadt. Lassen Sie die Trucks nicht nach Aberdeen gelangen. Ist das so gut? Oder nicht? Ich glaube schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Nooo Das war's Nice Ein cooles Auto, hat so einen Drachen Stil Auto des Triadenvollstreckers Cool Gut, dass ich sag, dass ich das Auto nice finde Vielleicht schaffe ich ja jetzt auch mal diese 2 Minuten voll zu machen Ohne einen Unfall zu bauen Obwohl ich das wahrscheinlich Ehre auf dieser Straße hier nicht schaffen werde Da sie ziemlich kurvig ist Eine Minute Eine Minute 1,30 Komm schon bitte Es gibt dann wieder ein Achievement 1,50 2 Minuten Yes Sicherer Fahrer Eigentlich wollte ich bloß das mal endlich schaffen Wo ist mein Zuhause? Da ist mein Zuhause Sogar fast 3 Minuten diesmal 2 Minuten 2 Minuten 38 Nice Habe ich das Achievement auch mal geschafft Weil das wollte ich gerne mal schaffen Sooo Oh Ja und damit würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Das war's mit dieser Aufnahmesession von Sleeping Dogs Wir haben einiges geschafft Und ja Damit Vielen Dank und bis zum nächsten Mal Haut rein Agent 47 Verabschiedet sich Tschüss 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 Vielen Dank.